Die Airbeat One ist vorbei. Heute Morgen um 6 Uhr ging die Musik auf dem Elektro-Festival bei Neustadt-Glewe aus. Veranstalter und Polizei sind zufrieden. Mehr als 210.000 Menschen haben laut Veranstalter die letzten drei Tage auf der Airbeat One gefeiert. Die Polizei registrierte in dieser Zeit 88 Strafanzeigen. Das seien 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Insgesamt sei es ein friedliches Festival gewesen, so die Polizei. Der Umgang der Festival-Teilnehmer miteinander sei sehr respektvoll gewesen.